Christian Kuckuck, Riesnbeck. Von Heinrich Ramsburg gezogen. Stationiert in Riesnbeck. The Corned Contenders und Cornwall. Mit Christian Kuckuck. Kuckuck, Riesnbeck. Oh, der war es einmal so ein bisschen knapp. Oder? Ist gar nicht richtig gesehen. Er gehört das Ganze. Aber gar nichts lässt er hier andrennen. Christian Kuckuck. Christian Kuckuck bleibt strafffunkfrei. Hobschallabang. Noch sind wir hier nicht durch. Da hinten haben wir schon das Tor aufgeracht. Denn jetzt kommt der Youngster. Ich habe vorhin schon gesagt, wer den auf dem Zettel hatte. Und die Nächsten, die haben garantiert. Aber ganz schön.